Musik Hallo, mein Name ist Mihang Mo, arbeite für die koreanische Botschaft. Hier findet ihr Proben der österreich-koreanischen Philharmonie. Die Philharmonie besteht seit 1999, heuer wird sie 23 Jahre alt. Letztes Jahr haben wir leider das 22. Konzert nicht veranstalten können, wegen der Pandemie. Und dieses Jahr wird dann das 22. Konzert nachgeholt. Das 22. Konzert der österreichisch-koreanischen Philharmonie wird am Mittwoch, den 27. Oktober um 19.30 Uhr im Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses stattfinden. Das Konzert wird live gestreamt und ich hoffe, Sie sind auch dabei. Sie können auf www.agpo.virtualevent.at anschauen. Danke.